Hallöchen. Willkommen zurück bei ColdTV Mobile. Okay, will er jetzt nur den Heli holen oder will er da looten? Ich spring mal mit zum Heli ab. So, schön, dass ihr wieder da seid. Neue Runde, neues Glück. Wir sind auf dem Weg zu Legende, ja? Und ich glaube 200 Punkte oder so fehlen uns da noch. Ja, wir können looten. Komm, komm. Komm rein. So. Wollen wir nochmal sehen, ne? Wollen wir nochmal sehen hier. So, die drei. Ja, gut. Der ist jetzt ja verschollen. Dann mal rein da in die Putze, ne? Wie immer Turbine. Ich war jetzt ja eh nicht Jump Leader, von daher hätte ich es mir gar nicht aussuchen können. So, ein paar Geschenke, ein, zwei Waffen. So, man würde mal hochgehen, ne? Was haben wir denn da? Naja, gut, das ist jetzt auch nicht die... Okay, da hinten haben wir einen Gegner. Mit der Waffe werde ich dann nichts... Okay. Okay, zu zweit können wir es tatsächlich packen. Wo ist es? Ah, hier, die Kuckuck 9, okay. So. Da. Okay. Yo, was für ein Wichser. Okay. Hinten, 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 hinten um. Okay. Sauber, sauber. Nicht schlecht, hat er nicht schlecht gemacht, tatsächlich. Äh, war jetzt auch kein Bot, das hat man da klar gesehen. So, dass wir hier ein bisschen einlösen, dass wir ein paar... Äh, Raketen, ja, nehmen mit was im 1, Diggi. So. Hier zieh mir direkt mal so eine Platte rein. Ah, okay. Da geht es nämlich schon weiter. Da will jemand die Dog-Tags holen. Okay, hat er gut gemacht. Zebratuno, oder was? Okay. So, eine geile Waffe wäre jetzt ganz nice. Äh, haben wir nicht. Okay. Ich... Die MX-9 nehme ich mal mit. Und dann würde ich sagen, ich loot hier noch mal ein bisschen und wir sehen uns gleich wieder. Oh, halt. Okay, den kriegen wir so, oder? Ich sag das so einfach. So. Okay. Haben wir aber alles. Sehr schön sauber. Alle leben noch. Heliii... Hat er einfach mal umgeparkt. Na gut. Nanananana, freundchen. So, ja, das Problem ist... Ähm... Die Magazin... Oh. Magazin ist so edelig klein bei diesen Standard-Waffen. Wisst ihr? Ich meine 30 Schuss. Was soll ich mit 30 Schuss? Jetzt hab ich glaube ich 50, wenn ich die aus dem Abwurf hole. Ähm... Na ja, gut. So, jetzt aber kurze Pause. Oder waren wir Steps? Ne. Wo ist unser Heli? Sind jetzt beide Helis weg? Ey, what the fuck? Naja, gut. Ähm... Fahren wir wohl so weg. Wir sehen uns gleich heute. So, jetzt hole ich mir erst noch mein Heli wieder, Alter. Und diese dreiste Scheiße, dass der hier mit meinem Heli durch die Gegend fliegt. Am Arsch, Bruder. Können wir uns mal schön vergessen. So. Hehe. Er hat ihm nicht so gefallen, was? Dreckiger, ey. So, wir holen uns jetzt hier mal einen Class of Great. Dann können wir uns gerne noch einen Versorgungsabwurf holen. Ähm... Der hat uns noch nicht mal eingesammelt, gar nichts. Aber beide, die eins ja auch. Einfach psychiatrische Anstalt beflogen. Und auf uns geschissen, ey. Da vorne kommt auch schon der Abwurf. Perfekt. Leider nix zum Killen da. So. Tut mir jetzt natürlich leid für die drei. Ähm... Aber wir fliegen gleich wieder hin, keine Sorge. Wir sind ja nicht so, ne? Digi. So. Was haben wir hier noch Tolles? Moni, gut. Boah. Irgendwie heute... Heute... Bin ich nicht so gut drauf. Also so vom... Ähm... Ach, vom Zielen irgendwie. Na gut. Dann lassen wir das. Fliegen wir gleich weiter. Schön, alter. Schön, ey. So ne Scheiße. Oh, dann fliegen wir rüber. Holen wir uns den hier. Warum kommen wir jetzt gerade da hin? So. Nee, die holen wir wieder. Dann holen wir auch schon wieder. Oder? Ne. Bleiben wir noch? Ich meine, die 1 ist jetzt auch gerade da. Alter. Getroffen haben wir ihn. Okay, er macht einen schönen Cluster stark auf uns. Geile Sau, alter. So muss das nämlich sein. So. Und wir hauen ab. So, dann sammeln wir hier unten unsere Teammates ein. Komm her. Kommt der, kommt der, kommt der. Einmal alle einsteigen bitte. Du auch? Achmed? Wie heißt der? Heckerman. Komm, 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 komm. Das ist ein Idiot, alter. Komm doch. Ja, wir können auch hochgehen. Bist du behindert oder was? Stimm mit dir nicht, du Huren. Richtige Missgeburt. Okay, wenn er drauf geht, wir sammeln ihn ein. Dann kann er drauf gehen. Rieses Stück. Was ist mit dir, du? Ja, so macht es natürlich null Bock, alter. Mit solch dreckigen Teammates. Wow. Genau. So. Reicht jetzt auch. So, Waffe haben wir. Check. Dreckiger Wichser. Nehmen wir uns die Karre. Und holen ab. Ah. Sauber. Das war ein Fehler. Sauberfrappett ins Wasser. Dreckiger. Der hat die ganzen Dog-Tags eingesammelt. Da kommt schon der Heli, der nächste. Er hat noch mal einen Cluster drauf gelassen. Weißt, wie ich mein. So. So. Hold an. So. Ganz einfach. So. Ehe die Clown. So. Freunde. Da bin ich wieder. He. Warum treffe ich den nicht? Was ist denn los? Ja. Alter. Von hinten kommt der an. Von hinten kommt der an. Wohlen wir mal schön gesandwicht, ne? Heli kaputt. Alles kaputt. Er könnte den noch nehmen und wegfliegen. Aber ich glaube, das macht keinen Sinn. Ähm. Ah. Nein. Nicht einsteigen. Äh. Das war doch klar. Och, Digga. Lauf einfach weg. Messer in die Hand. Hä. Was ist das für ein Laufstil? Macht man das so? Also auf jeden Fall krass. Okay. Wird nicht getroffen. Aber. Ich glaube, er weiß noch nicht, was er da tut. Doch. Hä. Krass. Okay. Okay. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. So. Gut, dann müssen wir halt da landen, ne? Bei der, bei der 1. Ich... Das meinte ich aber. Ich hab den nicht getroffen im Scheißtunnel. Heute irgendwie... Ich weiß nicht, was los ist. Ich treff nicht. Auf wen oder was schießt er denn da die ganze Zeit? Meine Güte. Sorry. So. Was macht er denn jetzt? Ah ja, der war ja auf der Brücke, ne? Ich dachte, das war der im Tunnel, der die 4 getötet hat. Und ähm... Nicht, dass er auf der Brücke hinter uns war. Das war mies. Ich hätte sie wahrscheinlich einen scheiß Ast gefreut, dass er da zwei auf einmal töten kann. Okay. Zauber. Gut gemacht. Ist ein Bot oder... Weiß ich gar nicht. Nimm dich alles mit. Ich lass doch was da vielleicht, dann könnte ich da lupen. Oder gehen wir zu eins? Und wir gehen zu eins. Ganz klar. Erstmal aus dem Abwurf was rausholen. Schöne M4. Gegner. Ich muss erstmal eben weg. Ein bisschen Muni war jetzt ganz gut. Kommen wir hier rauf. Ja. Okay. So. Komm mal an. Ich mach den Scheiß jetzt ab. Oh, was? Wie dreckig, Alter. Wie dreckig. Ich... Ach... Man, ey. Kein Glück heute, ich sag's euch. Tönt ihn noch. Ja, keine Chance. Ich glaube... Der ist nicht so gut. Wo wirft er die denn hin? Ja, der wirft die wenigstens vernünftig. Magazin leer. Ja gut, ist uns auch schon passiert. Ja. Hilf! Ohne Witz. Ja. Wow. Na ja, komm. Gucken wir uns noch das Late Game an. Ich mein, lang wird er nicht überleben. Was ist das für ein Idiot? Jetzt steht er auf und rennt irgendwo hin. Alter Schwede. Ja. Ist so ein richtiger Camper. Irgendwo in der Ecke hocken. In der, in der Zone. Einfach nichts tun. Abwarten. Könnt ihr ja sterben, ne? Wie viele Kills hat der? Ich glaube, ich habe auch gar nichts. Die Runde war auch kacke, muss ich sagen. Da oben auf dem Berg. Dann kommt der Heli. Dann kommt noch einer. Dann kommt der eine Typ mit seinem scheiß Motorrad und sammelt alle wieder ein, ey. Das war unglücklich. So. Okay. Rechts von ihm. Oh, da hat jemand Feuerwerk. Oh, der bringt uns auch auf einen guten Platz. Aber zweimal von hinten, ne? Leute. Einmal da am Tunnel. Er kommt auf einmal von hinten mit seinem scheiß Sniper. Und jetzt hier. Ich will ihn einlooten. Hat auch gerade die Platten reingenommen. Ich wollte eigentlich nur looten und weiter. Hat einfach auch zu lange gedauert, ne? Das war auch dumm von mir eigentlich. Und wieder von hinten. Drei. Drei. Drei Idioten. Ich mache jetzt mal nicht das Spiel aus. Also, ich denke, das können wir uns eben reinziehen. Spannung steigt. Ich weiß gar nicht, wenn man geduckt läuft, sieht man dann die Steps? Also, sieht der Gegner deines Steps? Der war über ihm, glaube ich, ne? Ja, ich bin ja mal gespannt. Wir machen vielleicht auch mal einen kleinen Break. So, jetzt tut sich was. Okay. Jetzt weiß jeder, wo er ist. Und jetzt kommt auch schon einer. Ah, okay. Two Teams. Jetzt mach ich noch weg. Wo ist er denn oben drauf, oder was? Ja. Dreckiger. Ja, alles gut. Zweiter Platz. Wir kriegen Punkte. Mal sehen, wie viel. Wir sind im Plus für heute. Unsere beste Runde war es nicht. Habe ich aber auch gesagt. Irgendwie heute ist der Wurm drin. Ich weiß nicht. Komm, die kriegen trotzdem ein Like. Scheiß drauf. So. Wie viel gibt's? Acht. Naja, alles gut, Alter. Nicht mehr viel. Und legendär ist dann erreicht. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Folge. Ich hoffe, eine bessere. Haut rein!